Juuu, was geht ab YouTube, wir kennen uns heute wieder am Start und willkommen zur zweiten Episode von Vanilla Team Battle und ja, wieder mit dabei ist am Haben Hallo, wir warten jetzt eine kurze Pause zwischen den zwei Aufnahmen, also so 10 Minuten Das sind insgesamt 19 Leute auf dem Server und wir würden sagen, join mir in 3, 2, 1, GO! So, wir sind hier in der Höhle, warum habe ich minus 27 Sekunden? Mach bitte mal das Wasser weg, ich wacke hier rum Ich habe schon Wasser weggemacht, Schutzzeit Achso, das liegt an, Schutzzeit, okay So Zweite Folge Zweite Folge So So Okay, gut Dann müssen wir Okay, das sind ja nicht erlaubt, wir sind nicht nur normal, du bist Nur normal, du bist So jetzt Okay Ist das mal was sein? Mach wieder weg, dann ist bei Ihnen nicht mehr rum Ah Ich hab kein Kabel von mir Ich muss nicht wissen, okay Ich glaube, Sie hier Ahnung, nicht Diamanten, wenn jetzt richtig gut 5 Stück und ich werde zufrieden fühlen Die Für Für Die erste Aufnahme des Verschillers Ja Aber lass hier bleiben, ich würde sagen, dass man das Eis jetzt hier umnehmen Na ja, lass hier Ja, lass hier Und warum, ich glaube, jemand gestorben Und so Wir haben alle Diamanten Ne, ne, die haben die erst bekommen Ja, okay, komm Dann Brauchst du das Eis ab und mach Jungen in Lager? Ne, lass nicht dort das Lager machen, in der Schlucht auf keinen Fall Ja, okay, dann lass die ganzen Erz in der Schlucht mit dem, bei hier ist tonnenweise von Redstone Eisen und Äh, andere wichtige, wichtige Sachen, die wir brauchen Ähm, aber ich baue mich jetzt nicht ganz nach oben Ach, oder ich flute hier alles mal ganz ruhig mit Wasser Warte, kannst du mal bitte noch etwas weiter nach hinten dort mit Wasser fluten? Und ich fühle sie jetzt komplett Lager weg Also damit wir gar keine Lager mehr, weil es ist einfach zu Risiko ab Ich kann dir jetzt auch noch ein Wasser einmal holen Warum packst du die Wasser in Lager? Bei mir auch Ja, lol Ähm So, okay, hier Hast du ein Wasser einmal? Achso, okay Hier Hier, ich öffne ihn hier Danken Hier ist noch mehr Gold des Laps klar zu liegen Ja Bau ab Laps Ah, Stein Geht ihr mit, dann geht's, ne? Okay, gut, ich baue Laps ab Nimmst du's ganz Eisen mit? Hast du hier Koppel hingebracht? Ja, bin dran Okay Ja, ich weiß nicht, wollen wir Eisen mitnehmen oder jetzt lieber direkt zu Druckmannen? Ich habe 21 Lassen machen Ja, okay, komm, lass erstmal beide Full Iron Ja Und lass uns später in die Schlucht hier nochmal hin, weil hier ist sieben Gold oder so ist Nochmal ein Wettel Hm Welche Höhe sind wir? Es ist, äh, Höhe 13 Okay 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 Die auf elf Ja, ich bin jetzt auf elf Okay Ähm Holst du muss, dass ich also aus der Hölle bitte? Erstmal nicht, lass jetzt gewartet, lass jetzt langsam mal hier eine Basis und von machen Warte noch etwas weiter, ich brauche ganz so eine Spitzacke Ja, ich kann kurz hier ein Doktor direkt so ein abzeiten Ähm, ich würde mir sagen, warum jetzt hier hinter uns hier zu? Ja, warte, ich baue hier mal kurz Aber wir dürfen den Weg zur Struktur nicht vergessen Doch Warte Ich hab dich auch so geschlagen So Oh Gott Ich hab schon gedacht, man könnte jetzt in Minecraft Items werfen Ja, das ist sehr lustig, sehr mega lustig Weil ich hab genau Schaden bekommen, als du es mir vorzugeworfen hast Na ja, da ist auf der Rollstuhl Ich hab mal jetzt packen Nein, das hat dann mit uns den Zuschauern passieren können Ja, ähm, wollen wir dann Anzeiten bauen, ja, aber Ja, stimmt Was soll ich Ich bin- schade, sie kommt, die kommt damit zu dir Ja, okay Muster, wir müssen freitag auf Elke Ne, ne, lasst uns nicht so Morgen auch eine Aufwendung Und hat man kaputt um 16 und so gut ich bin gegen also ich könnte erst gegen 17 30 auf ich meine nur ich schneide an die folgende in der zeit so wenn du es Montag bist du kannst heute Abend schon so klar eigentlich ja es ist halt jetzt ist es jetzt ich bin gar nicht mehr aufgeregt sogar zum Anfang war ich schon aufgeregt muss man sagen die einzige Szene wo ich aufgeregt war war aber ich weiß schon wie ich die erste Folge geil bearbeiten werde ja ich hatte mich ja nicht wirklich vorbereitet darauf ja wir haben also es mit Marvin ja gar zwei Tage wir sind fünf Minuten wir haben davor die ganze gezockt auf einmal soll ich sehe so mein alt mein Team Kameraden dieser sonst geteinkt hätte da ist auch einmal nicht ordentlich er war weg dann dachte ich mir so scheiße die machen ach so du hast er ist jetzt ein ich bin das scheiße drauf heute mit jemandem ist und sind sie hier nicht dass es schief und jetzt überhaupt bekommen das doch egal ich habe ich das Koffe dann ist alles okay so geht ihm jetzt die zweite Folge auf sieben die dritte ja ich glaube ich bin auch von denen oder wollen und zwar und zu tun befolgt und zu tun das kann man das ist 30 auf eine halbe Stunde Warten danach aus dem wenn man so ein bisschen neiliger breit wir müssten so weitermachen wir brauchen wir wissen ja es wird jemand zählten Prozess gibt es ist noch mehr Laufen die Gäste das war gleich auf Eisendienst es ist nicht noch eine Anerkennung das sind keine Diamanten doch kann das ist ein bisschen weiter nach oben Nenni oben werden die auf keinen Fall so nennsticht Na oder? Mal sehen, hat euch die ganze Zeit geprugt. Ja, Alter, es ist krass, aber... Also, ich war noch nie mal hin. Zeig. 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 Wo, wo, wo? Oh, lolol. Wo bist du? Hier. Mann, Marvin. Alter, ich dachte... Warte, 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 warte. Warte, lass, lass, bitte, bitte, bitte. Ich muss abnehmen. Ey, ich muss kurz, ich muss kurz, äh, Smash senden, Alter. Digga, Digga. Mann, Marvin. Digga, ich dachte, du warte, du bist. Ich dachte, du verleihen. Digga, noch nur Schritt. Pass auf. Warte, ich lass hier kurz schlucken. Digga, ich jetzt noch... Oh, scheiß, ich hab mega übersteuert. Ich hab mega übersteuert. Diamanten halt. Egal. Du hast ne Wer? Setzt bitte mal. Und... Ja, ich hab über uns haben gesehen. Ich hab über uns haben gesehen. Egal. Jetzt komm. Na, ja, ich hab' auch in der Sendung. Die Stelle öffn. Hier. Höh ich darf keine machen. Ich mach' äh eins mit essen. Okay, gut. Ja, ich mach' äh, hier so. Teich mein Eigen-Nurkohle. Ja, ich hab' jetzt umgeben. Ich hab' jetzt umgeben. das er ist genug die neue sind die lasst wirklich denn jetzt schaffen zu entscheiden wirst du wie wir es wollen das direkt auf anbrust das nicht auf anbrust die gar nicht mehr so geschaffen in der dritten folge das ist wirklich nach dem wirtschaften doch also ich hab der kraft geschrieben wollen wir das dann noch machen oder nicht nur kurz zu oder er nicht oder wollen wir lieber es wird sich wird jetzt ganz ganz ehrlich ich würde aber ich würde eisen fahren jetzt noch ganz viel und dann du weißt was du weißt was wir mit eisener machen weil ich genug level habe ich habe ich habe sieben level das heißt wir könnten schon mal dreier machen wir können schon dreier machen da wollen wir dann du weißt ja wir können es eigentlich sagen weil wir sowieso und weil sie haben wir wollen wir wollen wir wollen dass wir schon vertreten wir wollen vertreten wir wollen vertreten um der kraft von mutter nicht die haben aber dass man schafft drei eisen versuchen das ist ein level zeigt wir können schafft zwei locker machen ich glaube es genug aber das ist ein dessen unbedingt viel form und ja das und auch also ich würde sagen das war voll und schaden das mann also das Versuchungsunternehmen was jetzt genug ich habe das nicht aber wie gesagt abbaunt Altena ließ weiter geil ich dachte wirklich verarscht mich tun wir haben genug Gold kommt jetzt auch für um ich gehe man die anderen ganz oft riecht und zurück er hat so eine kleine noch nicht ich brauche als für PX ich hab einsteig drei Kiefer drei Kiefer gute Wüste nicht gut ich dachte das werden noch mehr werden Echtöl gewesen um ein Gott um ein gut aber wir sind hier nicht enthalten für jeder direkt für die er hat du magst ja auch die Miseser Spiegel wie nicht machen nicht unbedingt aber ich fand in Teilen waren die erst irgendwie jeder hatte für welche gefunden voll schnell aber halten über Teilen oder so hier hat es noch ein paar Minuten das kann wahrscheinlich die Wartel haben jetzt er kann es jetzt wird damit kommt kurz für auch aus die Führer sind die Wunthin und immer noch was sollte er meine Werkbanken gestellte dieses ist Gott die Leitungsmeer die Leiden wir müssen welche noch mal hin jetzt kommt es jetzt okay kommen um also wir könnten jetzt ganz viel leisten holen und dann könnten wir ja ich bin bei den Öfen wo sind die also ich wäre dafür was durch den Ideen machen schon mal voll ok macht schon wach und zweitig gibt immer die Hälfte sein als ein solches Häusers und hier liegt für dich hier ist noch ein bisschen in die Höfen okay Gott kannst du mir auch äh ne Eisenpatex mitmachen ich würde mal ein Eisen oh mein Gott aber noch nicht zu viel abbauen mit der Eisenpatex okay ich brauche nur Eisen und so und Gold ich will jetzt ganz gold schmelzen weil wir brauchen ja jetzt wieviel Eisen machen wir schon am Bus ich glaube es waren mhm 31 ja okay da ich glaube ich genug gleich bin ich muss auch noch ein bisschen um den Prozess und jetzt auch bei ihm ist dies warte ich mache jetzt hier Schmerzocke es kann mir keinen schiefen und also wir machen es extra nicht damit andere Leute uns also um das damit die halt nicht direkt wissen weil wir wollen halt und was hat und was darf so so spät die möglichkeit preisgehen das ist wirklich auch nur also wenn die folgen online kommt wir sind ja die anderen Teams also ich glaube es gibt ja wirklich sehr viele Teams die wahrscheinlich unsere Folge gucken werden weil ähm das habe ich glaube ich schon vorhin angesprochen jeder kennt mich aus dem Projekt und ich kenne halt nur die wenigsten Joom also ich kenne Joom und so wir müssen aber auch von den anderen ein paar Folgen sehen also von den Leuten die wir snipen wollen und ähm das macht ja glaube ich ein Newsless Projekt oder so aber halt ähm das ist halt ähm die Sache ähm wir wollen halt ähm wie gesagt das darf so spät wie möglich erst preis geben das ist halt ne reine Vorsichtmaßnahme deswegen baut zum Beispiel jetzt mal wenn immer die Diamanten ab damit dieses Achievement Geld nicht kommt ja und ja also ich habe jetzt zwölf Level schon also gleich zehn also ich habe da eine Cola Ader und habe danach wahrscheinlich zwölf Level Okay ähm na lasst morgens lass uns selber gehen lasst heute unser Stopp machen Okay Ich habe mega Lags alter ich habe mega frame Ach stimmt Ach so Ne aber trotzdem deswegen lieber nicht in den Netzer gehen also in den Schatten und Table ist jetzt gemacht Okay nein Alter ich habe mega Lags Alter ich habe mega frame Egal Alter ich versuch das irgendwie die Aufnahme halt dann starte ich ganz kurz Minecraft 9 Ach ne jetzt geht es wieder ähm Lex Ja egal wie das geht ich habe auch 100 Prozent solch eisen schon den Schatten Ja mach aber Greif damit ein Holzschattern Oder Steinschild Ich habe einen Stack Lapos Ich habe auf die Diaspitz habe ich leider nur Fischen zu bekommen Wollen wir mit Büchern um Entschatten oder nicht Schwerter 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 Okay Bücher sind gut nur für Feieraspec und sowas was willst du Dank Also Bücher brauchst du nur wenn du Level 8 hast du kannst immer nachdem du Enchant hast Also immer nachdem wir Enchanten dann 12 Gold Dein Buch checken Warte können wir nicht in Goldschwetter reinlegen und dann gucken und sind Schamme von Eisenschwetter übernehmen Alter ich hab schon wieder ein Mega-Frame-Rocke Ich mach mal F3 und A Alter es geht gar nicht alter es ist mega schlimm mit dem Frame-Rocke Mit der Diaspitzacke abwohnen oder eher nicht Mach Ja 1600 Mobility alter 1561 Ja alter es war aus dem Kopfdruck Ja Ja das war schon gut gesetzt Also nicht ne doch Oh Schock alter ist was du Ne alter bei mir sind die Lags zu krass Ja stimmt Ich will halt nicht verrecken Hm Ähm Geh mir das raus Äh lass Aber MLG schaff ich Ähm ich hab jetzt 12 Gold Ähm Lass die hier Okay wir müssen Warte ähm Wir könnten strategisch Wir könnten ein paar Sachen machen aber ich glaub die sind zu gefährlich Ja lass lass ganz kurz besprechen was wir es machen machen Auch Wir haben nur noch einen 2.2 Und dann lass uns jetzt erst mal wieder sammelt kurz zu Warte aber ich glaube dass sie bei sehr vieles an die Reise vorsteht weil sie bei sehr viel Ja okay deine Schmiede jemanden Ähm bei sehr viel sind und ist die Türke Folge vorbei war Ähm Müsse ich jetzt in der Folge vorbei Aber ich glaube es ist wieder zu lange Ja Ja Lass erstmal Lass erstmal wirklich Lass 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 erstmal die Sachen vollstacken Bis wir eine gute Rüstung haben Also du weißt wie wir das machen Aber Zwischen Ich würde auf jeden Fall zurück meinen oder Weitere hin Zwischendurch Umhalten Ein Spawner wäre noch richtig gut Ja ich bin dann mehr Warten immer noch meistens Spiel Okay also ich habe gleich an Wurz und was von der Werbefest jetzt kommt der Tür zu Wider zu den Aufmerksamkeit und wir sind allein Wissen Wissen und wir sind wahrscheinlich dass jetzt ist es nicht wenn ein 5 Minuten wir jetzt kommen Warten Warte ich doch schon mal Ich hab schon mal ein Flint nicht vor schon mal Wir machen auch die Pfeile Prozent und halt für und für die Zielsitzung Ja, ähm, ja, ich komm jetzt zurück. Ihr wisst ja, wir sind ja hier die Hemsley PvP Pros. Ja, also wir sind jetzt weg, haha. Und, zack, dann haben wir die auch nochmal aufgeschaut.